Willkommen Leute zum zweiten Spieltag der GYL und heute spielen wir Tag 2, sprich T2 und mit mir habe ich noch den Smiddy gegen den ich jetzt heute spiele. Tag Smiddy. Hallo. Ja, ähm, äh, ja, ich weiß nicht mehr was sagen soll, ich glaube wir starten einfach mal, ne? Jo, wir können eigentlich meinetwegen gleich starten. Jut, äh, so. Uff, nein! Ich darf, ich darf anfangen. Nein! Und los geht's, schauen wir mal. Sieht ja auch nicht mal so gut aus, aber es ist okay. Boah, bei mir sieht es so damn scheiße aus. Ah, ich wusste es, ich wusste es! Ja, ursprünglich hatte ich mit Metaphors geplant, aber ich habe mich jetzt kurzfristig dann doch umentschieden. Dann, 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 dann. Hm? Ich weiß nicht was du möchtest, gerade. Welche? Ach, von Delph Pro, ja. Warte, mache ich sofort. Hm, ähm, loop. Jo, jetzt muss es eigentlich passen. Okay, ähm, weiter geht's. Äh, ziehen wir mal zwei. Mensch, das ist ja gar nicht mal so gut. Und dann bist du auch schon dran. Muss ich den ja machen. Das ist nicht so dünn. Ich meine, das sind Pott. Hm. 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 Das ist ja mal derbe Kacke hier. Haha. Ah. Ne, so du ist meine Hand echt nicht. Ah, schauen wir mal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass du oft nicht so viel hast und, dass ich ja den nächsten Tag noch mal spielen kann. Hm. Uh, Blue Eyes. Oh, darauf habe ich ja Bock. Äh. Ähnlich mal mein Volumenstil. Oh, auf Blue Eyes habe ich Bock. So sieht's auch immer. Jo. Nö. Boah, das ist mal richtig gemein. Ähm. Das möchte ich nicht machen. Oh, auf Blue Eyes habe ich richtig Bock. Äh, muss in die Endschlis gehen. Geil. Geil. Ich habe zwar nichts, aber geil. Geil muss erst mal der Pott kommen. Komm, zieh mal was gut. Oh, da ist er. Den habe ich schon gesucht. Oh, was haben wir rausgehauen? Oh, da ist bloß nur eins drin, dann muss ich hier rein. Ah, Hänger. Den euch gesucht. So, da kommt das C. Gott, wie spielen wir denn das jetzt am dümmsten? Ne, ne. Jo. Nein. Aber dieses Anketten. Das ist ja grauenvoll. Jo, jo, Hänger. Jo. Jo. So. Erstmal. Set. Effekt. Jo, das ist ja gar nicht mal so gut. Äh. Mal schauen, wir spielen gegen Blue Eyes. Komm mal über meinen Stein drüber. Uah. Ich will ihn dir eigentlich nicht in den Friedhof legen, nur. Hehehe. Hahaha. Das ist jetzt am dümmsten. Na ja, muss aber wohl, oder? Muss wohl. Boah, meine gebändischen Karten sehen doch ganz gut aus. Na ja, ist dann halt wohl so. Warte, ich ziehe noch ein bisschen, das funktioniert natürlich auch. Schwierig, schwierig, schwierig. Ähm. Schauen, dann sind die weg. Habe ich trotzdem bloß noch die eine Hand? Auf der anderen Seite verliere ich dann nicht die Handkarte, ne? Und damit kann ich noch ein Search machen. Ähm. Ja, ich glaub, das ist besser so. A, B und C sind dann eh schon drin. Ah, passt so. Oder warte mal, krieg ich vielleicht sogar ein OTK hin? 4, 4. 5, 4. Äh. 6, 2, yo, das reicht sogar schon. Das sehe ich jetzt erst. Oder? Ne, es reicht noch nicht, weil ich dann keines abhänge. Scheiße. Ach maaaannn. Hehehehehe. Das reicht doch nicht. Na gut, dann muss ich was halt anders spielen. Ist dann wohl so. Hm, hm. Hör doch. Du willst mir jetzt einen Stein jetzt zurückschießen. Tatsache. Tapp, tapps, tapps, tapp, tapps, tapps, tapps. Naain, ich will immer noch nicht aktivieren oder Dankeschön haben. 6, 8, ja reicht doch nicht. ja, ja, das Problem ist UTOPIA hängt halt erst in der Battlefields an. Ansonsten hätte es gereicht. Nicht aktivieren, sondern angreifen. Dankeschön. So, bleibts bei 1,2. Kommt die Scheiße noch von unten. Boah, ich brauch jetzt ne richtig gute Hand. Richtig gute Karte drauf jetzt. Ähhhhh... Zweiter Pot. Noch ein Pot? Ja. Ist erstmal grundsätzlich okay. Damit kann ich arbeiten. Irgendwas gezogen? Ein Traden. Was hast du? Uäh, dieser hässliche Goliath. Ja, ist okay. Den mag ich ja gar nicht. Was hab ich jetzt hier gebändigt? Okay. So, sie seien Grave... Okay. Ähm ... 7 Handcounten und keine Optionen? Oh, doch. Hm. Ja, muss wohl. Hm. Schon. Scheiße, habe ich Autokette eingestellt? Nein! Aber eigentlich... Eigentlich müsste das doch funktionieren. Daran habe ich gar nicht gedacht, hier. Jo. Ah, okay. Darf ich selbst legen? Hm. Schaun. Eins. Zwei. Zwei. Zwei da noch? Ne, die will ich nicht. So. Habe ich kurz überlegen. Ne, sterben wollen wir eigentlich noch nicht. Okay. Dann spiele er weiter. Da müsste ich aber noch sechs halten. Ah, okay. Höh, ne Walp. Ja, die ist okay. Der kann nicht geben. Schon wieder er? Ah, du kannst irgendwas machen. Du kannst irgendwas machen. Das sehe ich. Ah, was kann denn da dann noch kommen? Was kann denn noch mal holen? Ja. Ich war ein blauäugig Monster. Ja, okay. Dann kommt der. Der haut das weg. Ah, nee. Muss. Ah, ne Warning. Oh, das ist bitter. Was sagt denn dein Grave? Du hast noch... Ach, der Kante? Ja. Hat er noch eine Option? Ähm. Alter. Ich glaube, dann würde ich mich vielleicht erhängen. Aber nur vielleicht. Obwohl, ne. Er kann nur ein Monster wiederholen. Das ist okay. Das wäre okay. Das wäre so ein typischer Blue-Eyes-Move. Höh, ich habe nichts mehr. Oh, so. Schaut. Entschuldigung. Ne, muss abgeben. Oh, geil. Geil. 1-0. Oh, easy. Wie der Kante noch? 14. Hm. Ach, erstmal Buster. Grave. 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 Spielfilms. Okay. GG. Hm. Da kann man nichts mehr machen. Haha. Nee, da war... Nee, da war... grad echt nicht so viel Luft. Da war Ende. So, ich spiel gegen Blue-Eyes. So. Sind die so sinnvoll? Ich glaub fast nicht. Was kann da kommen? Ich glaub... Ich glaub, die sind nicht so so früher. Äh... Rest brauch ich nicht. Die... kommen wahrscheinlich... Geld rein. Ich glaub, das sollte es nicht reichen. Ansonsten... Ja, passt so. Also, ich bin ready. Und du? Hm. Ich überlege noch. Ja, passt. Komm, 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 komm. Das sieht doch schon mal anständig aus. Ach du Scheiße, ich hab gebrückt. Hm, hm. Ach, mal schauen wir mal. Ist diese Hand nicht wunderschön? Escape. Hm. Quit. Ein Stein. Oh, schon wieder. Warum hast du denn immer so viele davon? Ja, Dragon Spirit ist okay. Ja, mein Gott. Ich brauch bloß 3G Ghidakul nachziehen. Und dann ist das easy. Ja, Vorzeigen. Special. Jo, jo. Kennt man alles. Dann eh. Ja. Geben nicht. Ja, okay. Muss ich ja 3 aus... Ja, ist eigentlich egal. Ach, schön. Dann kann ich wenigstens meinen Max C aus dem Spiel entfernen. Das ist doch gut. Wie sie sehen, sehen sie nichts. Ist meine Deilt jetzt weg? Nein. Oh, die Scheiße auch noch. Okay. Muss ich ja wirklich das Max C zu entfernen. Was geht noch raus? Ich hab das Gefühl, den brauch ich noch. Ich hoffe, du ziehst kein Monster Remobile nach. Ich hoffe doch. Ja, aber der Goliath ist ansonsten ziemlich scheiße, du. Jo, kommt da noch ne Special. Dann kommt der noch Special. Und dies und jenes. Och, ich bin ein Gott. Entschuldigung. Ich bin kein Großkotz. Ich bin bloß Gott. Nein! Kein Desires! Der ist egal. Der ist wichtig. Oh, nein! Schlimm ist nur, ich hab fünf Monster auf der Hand. Mensch, und ich hab mir alle Terraformings rausgehauen. Echt? Jo. So, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, wie wir das noch zu Ende spielen jetzt in dem Term. Hätte ich wenigstens mal ein B gezogen, ey. Das funktioniert auch nicht. Oh, geht ja nicht anders, oder? Gadget! Go, go, Power Rangers. Das hat mir getan. Ich hätte ein bisschen was gezogen, ansonsten. Ist nicht. Vielleicht ziehen wir ja jetzt noch was nach. Obwohl das jetzt auch nichts mehr bringt, man. Das hat mir getan. Ich hätte ein bisschen was gezogen, hätte ansonsten. Jo, Discord 3, C2. Boah, immer ein Backroll. Was haben wir denn hier jetzt noch? Einmal nichts, das freut mich. Dann mach mal. Das ist scheiße. Oh, geil. Damit kann ich arbeiten. Ich brauch eigentlich nur ein Top-Deck. Dann ist alles gut. Ja, ja. Dann kann ich leben. Jo. So. Der ist schwul, aber auch mit dem kann ich leben. So. Auch mit dem kann ich leben. Ja. Ist immer noch okay. Auch wenn du dein ganzes Deck aufziehst, ist mir scheißegal. Ja. Ich spiel. Sieben Drawkarten. Fünf davon habe ich in einem Turn. Ja. Ist auch noch okay. Ich kann immer noch spielen. Ist immer noch alles okay. Auch bloß ein Top-Deck. Jo. Jo, jo. Ich hätte nur ein B nachziehen müssen. Dann wäre das alles easy gewesen. Komm. Jo, das ist einmal nichts. Hier spiel ich diese OP-Karte. Antike Regeln. Alles klar. Alles klar. Ja, Mann. Voll gut. Ich bin immer noch nicht tot. Hoffe ich zumindest. Fünf. Nö, bin ich nicht. Top-Deck. Danke für gar nichts. Naja, ist besser als nichts, ne? Ja, ja. Das witzige ist, mit Stein kann ich dich jetzt töten. Haha. Mach das mal bitte. Ich rufe Stein! Attack! Los Stein! Hau ihn kaputt! Ach, Mann. Mit Stein getötet. Manchmal hasse ich das Deck. Manchmal hasse ich das Deck. War's Blue-Eyes? Nee. Nee. Nee, meins. Äh... Es wird mir dann doch nicht die Karten geben, die ich haben würde. Miese! Aber ist hier alles noch okay, weil das können wir jetzt im dritten Spiel noch rausmachen, ne? Komm, die nehm ich mal raus. Da-da-da-da-da-da... ...dass passt, das passt, das passt... ...jahaa, eigentlich... ...jaaaa... ...ich bin wieder الق intuitively. Geil! DEV PRO funktioniert nicht mehr! Jo, wir müssen das Spiel anscheinend nochmal neu starten weil... ...DeV PRO jetzt gerade gesagt hat, NIE! Oh echt jetzt? Jo, ich hab ne... Ich hab'n Fehler an der Echse. Oh nein! 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 Hast du ein Screenshot-Programm, bloß damit ich es ihm zeigen kann? Die DevPro hat sich gerade aufgehangen. Ja, ich glaub dir ja schon. Ja, okay, wir haben ja eh ne Aufnahme. Ja, vergiss es. Äh, okay, dann muss ich nochmal Anfrage schicken. Ich weiß nicht, warum es sich aufgehangen hat. Oh, bei mir ist es auch. Dein Scheiß. Oh, Mensch. Jetzt hat sich bei uns beiden aufgehangen. So. Wahrscheinlich, ja. Oh, da sind wir ja wieder. Äh, hä, was? Wer bist du denn? Kevin420? Äh, nein. Schmeiß den mal raus, bitte. Schon getan. Also bei mir ist er immer noch drin. Ich würde mich gern duellieren. Ja, er will grad nicht so. So. Moment, ich stieß mal im Programm mal komplett. Hast du ihn wirklich schon rausgeschmissen? Ja, bei mir ist er nicht drin. Hm. Login. Ich weiß nicht, was DevPro grad hat. Ich schick dir mal noch ne Anfrage. Oder schick du mir mal ne Anfrage. Hast du die Einstellungen alle drin? Vielleicht funktioniert's ja dann. Hm. Die Einstellung habe ich jetzt drin, aber ich bin jetzt online. Ah, das ist Mini, da ist er ja. Ne, muss ja nicht, aber... Ah, okay. Oh, jetzt funktioniert's. Dankeschön. So. Ja, mies, wie machen wir das? Der ist jetzt komplett von neu, oder wie, oder wie, oder wer? Ne, äh, du gibst das erste Spiel auf, ich geb das zweite Spiel auf. Wir starten beim Siden, äh, fürs dritte Spiel. Okay. Äh, so. So, du gibst das jetzt auf, ich geb das zweite auf, damit wir wieder die Gegebenheiten haben. Ich kann mal wieder den Ton ausstellen. So. Naja, warum, vollständig. So, ich geb das jetzt auf. Ist schön, ich hab zwei spielbare Hände gehabt. Naja. So, jetzt können wir wieder... ...richtig Siden. So, äh, scheiße was heute ist, das, 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 das... Ach, du liebes Beste, jetzt wollte ich noch raus holen, huuuhu. Ach ja, stimmt, ja. Das... Alter, was ist denn das? Warum hängt sich DevPro auf? Schon wieder? Okay, DevPro hasst uns, ich weiß es nicht. Hat sich bei dir auf, äh, auch aufgehangen? Oder war es jetzt wieder bloß bei mir so? Äh, warte mal kurz, ich, äh... Mach mal Born vollständig. Ich weiß. Ich weiß nicht, warum sich's ständig aufhängt. Bin ich ganz ehrlich. Bei mir kommt jetzt grad hier nix. Ich versteh nicht, was das Problem ist. Verbindung verloren, okay. Was ist hier los, ey? Warte mal, ich mach mal DirectX aus, weil daran könnte es vielleicht liegen. Warte mal, hier kann ich ja auch gleich mal den Sound irgendwo ausmachen. Warum wie denn den Sound? Warte mal, 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 warte mal. Ach, echt? Ja. Naja, an sich ist es ja auch kein schlechtes Deck. Es ist bloß, glaub ich, grad für das Meta nicht unbedingt geeignet. Ja, muss mal gucken. Neuer Versuch? So. Haken setz. Kann doch nicht wahr sein, ey. So. Äh, starten? Ja, ja, start mal. Okay. So. Ja, wieder dasselbe Prozedere. Ja. Ich versteh nicht, warum es nicht funktioniert. Bin ich ganz ehrlich. So. Ich geb auf. Zack. Genau. Ja, ja. Und vollständig. Äh. Ich geb auf. Jawoll. Und wieder von vorne. Und wieder von vorne. Ja. Gott sei Dank weiß ich, was ich sein will. So. Jetzt hat's funktioniert bei mir. Mal schauen, ob's bei dir jetzt auch funktioniert. Das wäre schön, dass wir ein normales drittes Spiel führen können. Und dass ich vielleicht auch mal ne bessere Hand habe. Okay. Fang ich mal an. Jo, und die Hand ist wieder scheiße. Geil. Ähm. Meine Hand ist auch ziemlich bad. Ach man, die letzten Hände waren alle besser als das, was ich jetzt hab. Also die Hände, wo wir mehr oder weniger aufgegeben haben. Bringt das was? Ja, ich glaube ganz unsinnvoll ist das nicht. Instanto! Fusiona! Okay. Dann ist das halt so. Du und dein Pot jedes Mal ey. Ist so, es fuckt mega ab. Oh mein Gott. Haha. Ha. Das ist einfach nur richtig scheiße. Boah, meine Hand ist so kacke, ne? Jo, was ziehen wir denn nach? Oh, die ist sogar gut. Mensch. Die muss ich sogar behalten. Es tut mir in der Seele weh, aber die muss ich behalten. Was könnte die Hand entbricken? Mal überlegen. Hm. Ich wüsste da sogar schon was. Ja. 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 Ich wüsste klar klar. Das ist so weit erstmal legitim. Hm. Was soll man machen, was soll man machen? Muss... Okay, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Wow! Der nächste Pot. Einmal nichts. Was ist das für ne Scheiße, ey? Ohne Mist, ne? Was ist das? Jo, passiert einmal nichts. Das find ich gut. System down fand ich jetzt gut. Oh, heute hab ich's aber. Speziale. Effekt. Und da kommt das C. Oh geil, da kann ich's alle vom Spielfeld entfernen, das ist doch schön. Ähm... Will ich damit noch was suchen und das dann wegwerfen? Ah, ich glaub das ist sinnvoll. Ist das sinnvoll? Ja, das ist sinnvoll. Effekt. Witz! Was ist das denn? Pfff! Ja, damit hätte sich das dann auch erledigt. Sooo... Befern ich die jetzt direkt vom Spielfeld? Was liegt denn da? Da liegt doch schon Game, oder nicht? Das sind zusammen 3, 4, 4, 4, 5, 2 oder nicht Game. GG! Yo! Buh! Ich hab zweimal heftig gebrickt. Game 1 und Game 3. Das ist... Ich hatte jetzt, pass auf, meine Hand, zweimal Return, eine Soul Charge, eine Attentive und meine System Down jetzt hier auf der Hand. Ach du Schöße. Ich hab System Down zweimal hintereinander gezogen. Oh mein Gott. Haha. Ja, ich meine, du hättest wahrscheinlich auch verloren, selbst wenn ich jetzt den Würfelwurf nicht gewonnen hätte. Also meinetwegen, falls wir jetzt sagen, ich fang Game 1 und 3 nicht an. Ja. Aber trotzdem, also meine Hände sicherlich, mit ABC irgendwie spielen kannst du immer, aber dass ich jetzt zwei Games keine Option auf Buster hatte und dann... Der Gag war jetzt gerade, ich hab mit dem Tsukuyomi einfach mal original das dritte Terraforming und den dritten Hangar nachgezogen gerade. Haha. Das war so... Ja, kann man mal nehmen. Aber... Ja, ich weiß nicht. Du hast halt unspielbar gezogen, ich konnte halt wenigstens ein bisschen was machen, ne? Ja. Ich hab immer jedes Mal den Tsukuyomi rausbringen können, auch wenn die Nachdraws scheiße waren, und auch wenn die vorherige an Scheiße war. Ja. Miese. Ich weiß nicht, wie interessant das jetzt für die Zuschauer ist, sich dieses Rumgebricke anzugucken, aber... Marnak 2.0. Haha. Ja. Gewisser... Also in gewisser Weise war es schon unterhaltsam, aber irgendwie auf so ne traurige Art und Weise. Ja, das war schon sehr, sehr traurig. Haha. Aber das ist auch Entertainment halt. Ja. Haha. Aber hey, ich glaub kaum, dass irgendeiner noch irgendwie ABC oder Blue-Eyes spielt, wahrscheinlich fahren die sich alle mit Palio oder so'n Shit. Ja, ich weiß nicht, ich wollte halt wie gesagt erst Metal-Foe spielen, weil ich dachte, an sich ist Metal-Foe das bessere Deck als ABC, aber dann hab ich überlegt, wovon Metal-Foe gekontert werden kann. Und hab mir dann so gedacht, ja, wenn du jetzt doch gegen Blue-Eyes ran musst, mit Metal-Foe wirst du nicht gegen Blue-Eyes spielen. Oder wenn du gegen, weiß ich nicht, so Hero oder vielleicht auch irgendein Deck, was einfach so Duft maint oder so. Oder wenn du den Wurfelwurf verlierst und dann Game 3 gegen Duft spielen musst, dachte ich mir, ja, ABC wirst du wahrscheinlich weniger mit überrascht als mit Metal-Foe. Auch wenn Metal-Foe tendenziell das bessere Deck ist. Ich hab auch eigentlich eher erwartet, dass du entweder mit Metal-Foe oder mit Blue-Eyes ankommst. Ja, Blue-Eyes werde ich wahrscheinlich nur spielen, wenn ich dazu genötigt werde. Entweder halt am letzten Spieltag oder halt von Matze. Aber ansonsten werde ich kein Blue-Eyes spielen. Du hast eben selber gesehen, warum ich kein Blue-Eyes spiele. Es bricht, ja. Ja, Metal-Foe wäre eigentlich die logische Variante gewesen, aber ich dachte mir, damit rechnet man eher bei mir. Deswegen spiele ich lieber ABC, was sich schlechter auskontern lässt, was aber halt auch bricken kann, ja. Ja, ich hab auch eigentlich auch im Side auch als Systemdown, Ghost-Orga und Umlauf-Laser ge-maint. Also im Side gespielt, nur, ha, 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 ja. Ja, ha, ha, ha. Das Ergebnis hast du ja gesehen. Ja, ich sag jetzt mal, das Schlimme, siehst du, fällt mir grad ein, in Turn 1 hab ich sogar einen Spielfehler gemacht, weil ich hätte den Apparat anziehen müssen, nicht eins von den beiden Bs. Das war kompletter Schwachsinn, was ich da gemacht habe. Ja. Weil dann hättest du entweder den Umlauf-Laser nicht geschmissen oder du hättest mir ein B drin gelassen, was auch für mich gut gewesen wäre. Also das war auf jeden Fall ein Spielfehler auf meiner Seite. Mhm. Das war schlecht. Aber, ja, ich hab noch mal Glück gehabt, sagen wir es mal so. Ja. Ha, 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 ha. The Brick is real. Ha, 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 ha. Alles klar. Gut, dann würde ich mal sagen, verabschieden wir uns mal von unseren Zuschauern, ne? Also war auf jeden Fall sehr lustig, sag ich jetzt mal, auch wenn man jetzt halt nicht sehr viel Interaktion in dem Spiel gesehen hat. War ja im letzten Format an sich auch der Standard, aber eigentlich weniger, weil man gebrickt hat, sondern eher, weil der, der angefangen hat, dann halt so mit Buster 3 Set angefangen hat. oder mit, weiß ich nicht, äh, Kirin Alka-Hest und, und weiß ich nicht was. Aber, äh, ja. Ich glaube mal. Trotzdem war, hat Spaß gemacht und bedanke ich mich auf jeden Fall mit dir. Definitiv. Definitiv. Ich glaube man kann es auch als Lehrvideo, wie man am besten brickt, äh, ankreisen. Ha, 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 ha. Und heute, German Yugi Tube League Spieltag 2, wie brickt man am besten? Ha, 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 genau, genau. Ha, 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 ha. Ciao. Yo, bis dahin. Tschüss. Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Spieltag der German Yugi Tube League. Dieses Mal ist Tier 2 angesetzt und wie ihr sicherlich hier schon seht, werde ich ABC spielen. Ähm, ABC warum? Ursprünglich hatte ich geplant, Metal Force zu spielen. Dann habe ich allerdings überlegt, was könnte mein Gegner spielen. Gunboxing ist eher nicht dafür bekannt, dass er jetzt die Tier 1 Decks des jeweiligen Formats spielt, zumindest was ich am ersten Spieltag gesehen habe. Aber er hat Yosenju gespielt, deswegen gehe ich nicht davon aus, dass er Tier 1 spielen wird, sondern eher was, vielleicht was er cool findet oder so. Ähm, dementsprechend habe ich mit Metal Force ein bisschen Angst, dass es mich irgendwie negativ überraschen könnte insofern, dass er ein Deck spielt, was meinetwegen viel Back-Romained oder vielleicht auch Blue-Eyes, was nicht ein ganz so gutes Match-Up ist für Metal Force. Ähm, und wogegen ich insofern gerüstet sein will, dass ich mit ABC ein Deck spiele, was zwar eher bricken kann, was instabiler ist als Metal Force, was auch ein bisschen skillloser ist. Hä? Aber, ähm, was halt nicht ganz so anfällig ist für beispielsweise anti-magischer Duft. Mit Metal Force verliert man ja gut und gern mal ein Match, weil man den Würfelwurf verliert, in Game 3 nicht anfangen darf und der Gegner mit Duft eröffnet. Und man dann halt nicht direkt einen MST oder sowas als Out hat. oder meinetwegen ein Gofu-Play oder so. Dementsprechend spiele ich lieber ABC. Ähm, ja, bei ABC, denke ich, muss man nicht allzu viel dazu sagen. Ähm, das Monster-Line-Up ist relativ Standard. Ich spiele keine Hand-Traps und keine Kaijus im Main, aufgrund dessen, dass ich, äh, ungern viele Monster ziehe für die Tsukuyomi. Ähm, ansonsten, ja, Twin-Fister sollte klar sein, Pot für die Stabilität sollte auch klar sein, Roter sollte klar sein, Hangar sollte klar sein. Ähm, Instant-Fusion und Hole spiele ich deswegen schlichtweg, weil ich zumindest früher, also das ist jetzt der letzte Bild, den ich gespielt habe von ABC, also von damals, ähm, habe ich gemerkt, dass es ab und an mal Spiele gab, in dem man mit Hole bzw. Instant-Fusion noch, äh, irgendwie ein Play gekriegt hat, was man vorher nicht gekriegt hat im First-Turn. Also wenn man jetzt nicht hier mit, mit Hangar und, und Drescher oder einem Gadget eröffnet hat, hat man darüber ab und an auch nochmal Plays gekriegt, die irgendwie einen Buster gemündet haben, bzw. mit der Instant-Fusion, falls man nicht mit einem Buster eröffnet, kann man auch immer noch eine, äh, wo haben wir sie, Rafflesia stellen. Ähm, ja, ich denke, das sind so die, die vorrangigen Punkte. Abgesehen davon ist Dark Hole halt ein gutes Mass-Remove, nimmt, wie gesagt, ab und an mal die eigenen, äh, äh, ABC-Fiecher raus, die dann ihre Effekte triggern, wodurch man dann noch irgendwie ein zusätzliches Play kriegt, in dem man halt vielleicht einen Buster stellen kann. Beispielsweise, wenn, äh, ein Crash-River zerstört wird und man dann noch irgendwie einen von den beiden auf dem Feld hat, äh, dass dann man dann halt den dritten von der Hand spaschen kann. Das sind jetzt zwar sehr spezielle Hände, aber kommt ab und an mal vor. Also beispielsweise, wenn man mit Hangar und Dark Hole eröffnet und, äh, entweder A oder B, dass man sich dann halt den anderen sucht, den mit C ausrüstet, Dark Hole aktiviert, den dritten von der Hand spaschen und dann Buster baut. Ähm, zur Backrow, ich spiele deswegen keine Dimensionsbarriere, eben weil ich halt, wie gesagt, mit, äh, Überraschungen irgendwo rechne, dass halt Decks kommen, die nicht so sehr aufs Extra-Deck angewiesen sind oder die flexibel sind im Extra-Deck, wogegen die Barrier jetzt nicht ganz so gut ist. Deswegen habe ich mich auf die Backrow verlassen. Warum spiele ich die beiden? Die ist halt, äh, immer noch recht gut im, ähm... Also, ich weiß nicht, die ist halt sowieso allgemein recht gut an sich. Die Alternative dazu wäre Timespace-Trap Hole oder die Floodgate-Trap Hole. Floodgate-Trap Hole mochte ich zum damaligen Zeitpunkt nicht, eben weil sie nur verdeckt und, äh, das Gegner schon bei uns dann nicht rausnimmt. Könnte man drüber nachdenken, Timespace, äh, ist mir nicht ganz so flexibel wie die bodenlose Fallgrube. Timespace ist ja meistens wirklich bloß gegen Extra-Deck-Monster und gegen, äh, Pendle Summons. Die ist halt auch ganz gut gegen irgendwie Normis, wenn man beispielsweise Gegner hat bloß Hunger oder sowas. Normilt hier irgendwie einen, einen, einen B oder einen A und du gibst ihm halt BTH. Ist, denke ich, persönliche Präferenz. Ähm, die Treatress spiele ich deswegen, weil es ja ab und an auch mal vorkommen kann, dass man Second geht und der Gegner bereits in irgendeiner Form ein aufgebautes Feld hat. Die Treatress überrascht ab und an die Gegner auch mal. Beispielsweise, man stellt zwei Monster. Gegner denkt sich so, jetzt warte ich auf die Tsukuyomi oder auf den Kastel, nehm den dann weg mit, weiß ich nicht, Eilgeist oder sowas. Dann kommt die Rafflesia. Gegner macht seinen Effekt. Man chained, äh, Rafflesia an für Treatress. Nimmt dem Gegner zwei Monster weg. Ist bei mir schon oft genug damals vorgekommen, deswegen finde ich die ganz gut. Ähm, Extra Deck. Die einzige Neuerung sind zwei Tsukuyomis. Habe ich damals eine Zeit lang gespielt, habe ich irgendwann, habe ich die zweite Tsukuyomi wieder gecuttet für den Utopia Prime. Ähm, jetzt habe ich mir gedacht, komm spielst du mal zwei, weil ich jetzt gestern so beim Testen ab und an mal Hände hatte, wo ich eine zweite hätte stellen können und wo die auch gar nicht so schlecht gewesen wäre. Ähm, dementsprechend den, den Utopia Prime braucht man wirklich bloß ganz selten. Und die zweite Tsukuyomi an sich auch. Eigentlich hat man so in dem Bild zumindest 14 Karten, die fest sind. Und die 15. kann man sich halt ausruhen. Ich habe gedacht, komm spielst du mal eine zweite Tsukuyomi. Hat ab und an wirklich auch mal Leute überrascht, auch damals. Dementsprechend finde ich die gar nicht so schlecht. Ähm, jo, das hier ist mehr oder weniger so mein Standard-Zeitag für damals. Ich habe anfangs noch überlegt, ob ich eine Crow spiele gegen DDD. Aber dann habe ich mir gedacht, na, wahrscheinlich wird Gumboxing eher weniger DDD spielen. Das einzig andere relevante Deck, wogegen die Crow gut gewesen wäre, ist Palio. Und bei Palio haben wir uns darauf geeinigt, kein Palio zu spielen. Also die eigentliche Tier-2-Liste ist noch von vor dem Turnier. Weswegen wir, ähm, äh, so gesehen Gras allgemein als Karte erlaubt hätten, die Zodiac Engine eigentlich noch erlaubt hätten und Palio noch erlaubt hätten. Ähm, ach nein, die, die, äh, Liste ist von vor Atlanta? Aus Atlanta? Ich weiß es grad nicht. Ähm, auf jeden Fall sind halt gewisse Decks noch erlaubt, wo wir aber jetzt im Nachhinein gesagt haben, die sind eigentlich viel zu stark. Also, dass wir sagen, dass Gras-Decks generell raus müssen, weil außer Infernoit ja auch noch Palio mit 60 Karten getoppt hat, ähm, Zodiac Engine halt generell raus, weil das in jedem Deck gut ist. Und Palio generell raus, weil es sowohl mit 40 Karten als auch mit 60 Karten eine YCS gewonnen hat. Ähm, bei manch anderen Spielen an diesem Spieltag werdet ihr es vielleicht nicht sehen, aber bei unserem, also werdet ihr es nicht sehen, dass jetzt nach der Liste so gespielt wird, aber wir haben uns darauf geeinigt, dass wir diese Decks nicht spielen. Zusätzlich zu der sonst geltenden, äh, Tier-2-Liste dementsprechend, da ging erstmal nichts im Set. Ähm, ansonsten, ja, gegen Metal-Force, das Retaliating-Seal, Max-Seal gegen fast alles, wenn ich Second gehe. Wenn ich First gehe, will ich es halt nicht im Deck haben, wegen der Tsukuyomi. Ähm, Raigeki als drittes Mass-Remove. Raigeki Dark-Hole war auch damals schon nicht schlecht. Ähm, außer halt gegen sowas wie Kirin, war halt unfassbar scheiße. Ähm, System-Down fürs Mirror-Match, der Pod fürs Mirror-Match, also fürs Mirror-Match habe ich hart getaggt, weil ABC an sich ein Deck ist, mit dem ich rechne, sogar. Also, falls es kommt, möchte ich darauf vorbereitet sein, weil die Mirrors halt nicht gerade sehr skillig sind und man über die Side-Deck-Karten vor allen Dingen Fähre ausholen kann. Ähm, der duft eigentlich auch nochmal gegen fast alles, wenn ich First gehe, vorrangig natürlich gegen sowas wie Metal-Force oder so. Also, halt Decks, die auf viele Zauberkarten setzen. Ähm, ja, ansonsten, ich denke, dass das Side-Deck, zumindest für die damalige Zeit, jetzt keine Überraschung birgt. Ähm, ach ja, ich spiele keine Kaijus, kein, ähm, Raas-Fear-Mode oder sowas. Ähm, ich weiß nicht, im Mirror-Match waren sie nicht so doll. Ähm, gegen Metal-Foe war Mass-Removal meist besser, außer eröffnet mit Kirin. Was haben wir noch? Ja, Toad-Decks, das Einzige, was noch übrig wäre, wäre Hero. Ähm, ja, gegen die Toad natürlich ist es gut. Wenn der Gegner nicht mit Toad anfängt, sind natürlich sowas wie Raigeki-Darko sinnvoller. Ähm, ja, deswegen habe ich mir gedacht, komm, spielst du ohne Kaijus. Ich weiß nicht, ob es richtig ist oder nicht, aber passt auf jeden Fall. Ähm, ja, ich denke, das ist es dann ansonsten soweit zur, äh, Besprechung des Decks. Und dann können wir auch schon ins Spiel gehen. Joach, wie ihr eben gesehen habt, ich habe das Spiel mit mehr Glück als Verstand gewonnen, sozusagen. Er hat halt zweimal Hard gebrickt. Ich habe Game 2 zwar das Mass-Removal gehabt, trotz dessen, dass er keinen Harbinger gestellt hat, was ich recht interessant fand, muss ich sagen. Ähm, also ich hätte auf jeden Fall in seinem ersten Turn einen Harbinger gestellt, sodass da halt kein Mass-Removal kommen kann, was das Feld outet, aber okay. Ähm, ja, Game 2 war halt nicht viel zu machen, mit der Starthand irgendwie... Fünf Monster und eine Zauberkarte, das ist so... kann man nichts machen. Game 3, ähnliches Schauspiel. Sicherlich hatte ich zwei Set, aber an sich habe ich auch kein Play gehabt. Da habe ich übrigens einen krassen Spielfehler gemacht. Ähm, und zwar indem ich das B angezählt habe mit dem Norden. Ich hätte definitiv den Gadget mit dem Norden anziehen müssen, weil er sich dann dazwischen entscheiden muss, ob er mir beide Bs später rausnimmt mit dem Umlauflaser oder ob er mir direkt den Gadget mit rausnimmt und mir dafür aber ein B drin lässt, falls ich dann im nächsten, übernächsten Turn doch noch irgendwie auf Buster kommen könnte. Das war richtig scheiße gespielt und da hatte ich in dem Moment auch nicht auf dem Schirm, ähm, dass es den Umlauflaser gibt. Aber selbst mit einer Crow im Hinterkopf hätte ich es trotzdem... Naja, ne, mit einer Crow wäre es egal gewesen. Aber an den Umlauflaser hätte ich echt denken müssen. Ähm, ansonsten, ja, gibt's glaube ich nicht viel zu sagen. Vielleicht hatte ich irgendwo Spielfehler, dass ich irgendwo lethal gemisst habe. Glaube ich aber eigentlich ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja, ansonsten, Siding war jetzt halt, ja, die, die Zwillingstwister raus, einfach aufgrund dessen, dass das Deck an Backrow im Normalfall nur, äh, die Emptiness spielt. Und gegen die habe ich an sich auch Monster Removal oder sowas, ähm, oder, oder die, die Treacherous noch so im Nachgang. Ich weiß nicht, ich mag den Twintwister einfach nicht für eine Karte drei Outs zu spielen, wenn er sonst sowieso nichts hat. Sicherlich in Kombination mit Duft ist es noch irgendwo okay. Aber wenn er seine Engine nicht durchkriegt und ich einen Duft habe, ist er im nächsten Turn meistens eh tot. Von daher ist es eigentlich egal. Ähm, ja, ansonsten, der Call of Blue-Eyes, ja, war jetzt nicht schlecht. Also, dass ich irgendwo im Hinterkopf mit Blue-Eyes gerechnet hatte, deswegen nicht Metaphose genommen habe. Hätte ich Metaphose genommen, hätte es vielleicht ganz anders ausgesehen. Also es ist jetzt kein unspielbares Match-Up, aber es ist auf jeden Fall ein deutlich schwereres Match-Up mit Metaphose gegen Blue-Eyes zu spielen als mit ABC gegen Blue-Eyes zu spielen. Ähm, ja, wie gesagt, ein Spielfehler. Ich habe jetzt 2-1 gewonnen, weil er halt einmal anfangen durfte und ein Spielbarant hatte. Ich eine Semi-Spielbarant hatte und die Draws, die nachkamen, halt schlecht waren. Ähm, ja, ich denke ansonsten gibt es nicht allzu viel zu dem Match zu sagen. Auf jeder Seite war halt jeweils ein Spielfehler dabei, war nicht ganz optimal gespielt. Ich hoffe, dass das für den nächsten Spieltag besser wird. Und, achja, beim nächsten Tier-2-Format werde ich mit 99% der Wahrscheinlichkeit kein ABC spielen, weil bis dahin die Liste nochmal geupdatet wird. Ähm, und, ja, entweder fliegt ABC dann komplett raus oder, ähm, ich werde ABC aufgrund dessen nicht spielen, dass ich es schonmal gespielt habe. Mal schauen. Vielleicht werde ich es auch trotzdem nochmal spielen, um meinen Gegner zu überraschen, falls die Liste doch nicht so restriktiv ist. Mal schauen. Ich weiß es noch nicht. Ist ja auch noch ein paar Wochen hin. Ja, bis dahin hoffe ich, dass euch das Spiel einigermaßen unterhalten hat, auch wenn es ein Brickfest auf beiden Seiten in gewisser Weise war. Und, ja, dann bis zur nächsten Woche. Ciao! Second rounder, Smitty�iss! iers ostaal surface hd